Das Webe-Gespräch von Willi Sauerbott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar-Generalagentur Willi Sauerböck, der Eifisebanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Mensnau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Webe-Gespräch zum aktuellen Monatsinterview von Willi Sauerbott. Das Jazz-Festival meldet sich nach der zweijährigen Corona-Krise zurück, findet vom 31. August bis am 4. September wieder statt. Darum zu Gast bei mir ist Arno Troxler. Herzlich willkommen. Hallo. Arno, du bist dreifacher Familienvater, du bist Musiker, Trömmer in mehreren Bands, du bist seit zwölf Jahren jetzt Leiter vom Jazz-Festival Willi Sauerbott. Welche Aufgabe gefällt dir am besten? Das ist jetzt schwierig, um zu beantworten, dass ich nicht entweder meine Kinder unglücklich mache, dass sie nicht an den ersten Stellen kommen, oder die, die das Festival interessiert, dass es nicht das Festival ist. Also eigentlich ist es für mich die, ähm, die Vielfalt, die ich habe, so im Alltag, macht es aus, das gefällt mir, dass es am einen Tag ein Festival organisiert ist. Deswegen bin ich daheim einen Tag, am nächsten Tag spiele ich selber, bin ich halt bei der Peistin, noch die Weile ein paar Tage am Arbeiten. Das ist Alltag in ein anderes Programm, das passt mir eigentlich sehr gut. Nach zwei Jahren Corona-Stille geht das Festival Ende August wieder den Ton an. Arno Troxler, die letzten zwei Jahre sind sehr schwierig gewesen. Wie hast du dich erlebt, oder anders gefragt, wie habt ihr es geschafft, dass es euch noch gibt? Habt ihr nie als Aufgeben gedacht? Nein, als Aufgeben haben wir überhaupt nie gedacht. Wir haben uns die letzten zwei Jahre natürlich viel mehr mit dem Beschäftigten, was eigentlich nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun hat, mit etwas organisieren, sondern wir haben uns immer überlegt, können wir, können wir nicht, was können wir, geht's, geht's nicht. Und wir haben aber aus meiner Sicht einen guten Zug gemacht, dass wir schon gleich alle unsere Ausgaben, die wir haben, einmal gestoppt haben, als die Pandemie angefangen hat, dass wir eigentlich geschaut haben, dass wir nicht Geld ausgeben, das wir dann im Fall einer Absage nicht mehr zurückholen können oder dass es ein grosses Loch gibt und das hat funktioniert. Und so ist das eigentlich relativ glimpflich, sage ich jetzt einmal für die ganze Organisation im Grundsatz über die Bühne gegangen. Das heisst, finanziell habt ihr auch Unterstützung gehabt, als ihr über die Runde gekommen seid? Ja, ich durfte und habe auf die grosse Unterstützung zählen, zum Beispiel für die Kulturförderung vom Kanton Luzern und ich habe eine Leistungsvereinbarung über Jahre, wo das Geld gleich bezahlt hat, weil ja das Festival nicht einfach mit den fünf Tagen erst kostet, wo es dann stattfindet, das ist ein Jahresbetrieb. Gleichzeitig hat die Gemeinde Willis auch sich weiter engagiert in diesen zwei Jahren. Dann waren es gewisse Stiftungen, die das Festival unterstützt oder die Beiträge schon gesprochen haben, und sie auch bezahlt haben. Also so habe ich, also ich und das Festival hatten keinen finanziellen Schaden, wir mussten auch keine Ergänzungsleistungen oder so etwas in diesem Ort beantragen. Arno, so eine Zwangspause kann ja auch eine Chance sein. Ist das für euch auch eine Chance gewesen? Ja, es stellt natürlich schon alles ein bisschen auf den Kopf, wenn man sich plötzlich mit der Frage konfrontiert ist, was kann man nicht machen, was ist wichtig am Anlass, was ist der Kern von so einem Anlass. Und dann haben wir, ich und mein Team, gemerkt auch, wir müssen ein bisschen über Bücher, wie die ganze Organisation von diesem Festival aufgeleisert ist. Also, dass es auch zukunftsmässig so weitergehen kann. Darf ich noch unterbrechen, was habt ihr für Weichenstellungen gemacht, Arno? Ja, ich habe jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dass es durch die Übernahme von meinem Unkel damals, ist das sehr personenorientiert organisiert gewesen. Also, mein Unkel hat das gemacht nach aussen, seine Frau hat viel gemacht, mein Vater hat mitgehofft, aber es ist ein sehr kleines Organisationsteam gewesen. Und das passt jetzt in meinem Fall in mir nicht mehr und ist auch nicht mehr so zeitgemäss. Und ich bin jetzt dran, oder wir sind schon länger dran, die ganze Organisation ein bisschen breiter aufzustellen, dass die Verantwortung ein bisschen besser verteilt sind, nicht mehr so gross sind. dass es im Fall, wenn einem mal jemand ausfällt, aus welchen Gründen das nicht mehr machen kann, dass es nicht ein grosser Brocken wegkommt. Und das Ganze natürlich in Voraussicht, dass der Anlass, abgesehen von wem, dass es in diesen verschiedenen Orten und Sachen organisiert, dass es den Anlass noch möglichst lang gibt, in Willisheim. Breiter abstützen, das heisst aber nicht, dass sich Arno Troxler seinen Rücktripp vorbereitet. Nein, das heisst es überhaupt nicht. Aber ich will trotzdem schauen, dass es in Zukunftsorientiert weitergehen kann, weil man weiss nie, was passiert. Es kann manchmal sehr schnell gehen. Und wenn dann wegen irgendeinem Zwischenfall plötzlich ein solcher Anlass nicht stattfinden kann, wie es es auch sonst schon gegeben hat, in diesem Jahr in anderen Veranstaltungen im Kanton, dann finde ich, es ist jetzt der Zeitpunkt, um das so aufzustellen, dass das eben nicht der Fall ist. Und Arno, ist das einfach, Leute zu finden, die sich engagieren? Ich habe ein riesen Glück, muss ich sagen. Ich habe im engsten Team, ist es Marco Sieber aus Sembach, der seit 25 Jahren wahrscheinlich am Festival mitschafft und immer gewachsen ist. Meine Brüder, der Beda, der einen grossen Teil macht, der die ganze Organisation, den technischen Aufbau, das alles leitet. Dann kann ich auf ein grosses Helfer, freiwilligen Helfer-Team zählen, die auch seit Jahren immer wieder kommt, die jetzt auch trotz der Pandemie nach diesen zwei Jahren wieder auf dem Platz ist, wo ich noch zuerst recht gespannt war, ob die jetzt wieder kommen oder ob es für viele ist. Jetzt ist es zwei Jahre, es war jetzt auch gut, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, zu hören. Aber das habe ich nicht. Also ich habe wirklich eine sehr grosse Abstützung, dass das so überhaupt möglich ist, mit sehr guten Leuten. Gut. Weg von der Einmalorganisation, hin zum Team. Bleiben wir noch bei der Corona-Zeit. 2021 wäre ein Festival mit starken Einschränkungen möglich gewesen. Ihr habt es trotzdem abgesagt. Du hast damals gesagt, du wolltest kein halbherziges Festival. Das Festival funktioniere ich nur aus Gesamtpaket, aus umfassendem Erlebnis. Das wäre das? Ja, das geht um verschiedene Sachen. Wir haben uns in dem Moment, gerade letztes Jahr, wo wir ja im Prinzip ein Festival durchführen konnten, überlegt, kann man das machen mit diesen Einschränkungen? Wir müssten vielleicht Beizen weglassen, wir müssten die Leitspoten weglassen, wegen dem Tanzen und so weiter. Und haben uns gefragt, ja, irgendwann haben wir gesagt, aber warte mal, das geht ja eigentlich nicht, wenn man ja Beizen nicht hat und nur, wenn die Leute nur kommen für ein Konzert, ist es dann der richtige Ort zu Willisau, um das zu machen? Oder ist eben die Reise, jetzt für die Leute, die nicht von Willisau sind und das Festival kommen, kommen ins Konzert, ist das eben ein Teil von dem Anlass, dass man zuerst halt eine Reise machen muss nach Willisau und dann ist man da und ist in dieser Beize und geniesst das Gelände, geht das Konzert, trifft sich in der Pause wieder an der Bar, redet darüber, was man gesehen hat, ob es einem gefallen hat, ob es einem überhaupt nicht gefallen hat und geht noch ein zweites Konzert und bleibt dann vielleicht über Nacht da oder geht und macht einen mit dem ÖV hoffentlich wieder zurück. Das ist so das Gesamtpaket an sich, das es braucht, dass es überhaupt auch ein Festival gibt. Wir sind nicht ein Jazzfestival, so ist nicht ein Clubkonzert oder ein Clubort um ein Konzert und dann wieder nach Hause geht. Ja, also es sind nicht in erster Linie finanzielle Gründe, dass du es nicht durchgeführt hast. Nein. Nein. Also die Finanzen haben natürlich schon in einem zweiten Schritt eine Rolle gespielt. Ich wollte nicht ein Festival oder einen Anlass organisieren, wo ich zum Voraus schon weiss, dass das nicht finanziell funktioniert. Irgendwo her muss dir das Geld wiederkommen. Es ist sonst schon schwierig, das finanziell in eine Rollrunde zu bringen. Aber grundsätzlich ist es bei der ersten Überlegung darum gegangen, gibt es einen Anlass, das in dem entspricht oder würdig ist, was wir sonst machen. Wir wollten nicht einen Anlass machen, dass wir einen machen. Gut. jetzt, ihr seht auch so auf ein bewährtes Konzept, auf ein Gesamterlebnis. Arno, gibt es Neuerungen dieses Jahr? Also irgendwie von der Organisation oder vom Programm her oder so. Du würdest sagen, es sind neue Akzente oder von den Leuten her, die mithilfen? Die Organisation ist ja im Prinzip, das haben wir vorher diskutiert, ist ja ein bisschen anders geworden, aber das soll den Besucher nicht interessieren. Hauptsächlich, dass es genau gleich gut und herzlich daherkommt. Wir haben ein paar Neuerungen dieses Jahr. Einerseits macht der AKE, also Aktion Kultur Willis, der schon länger den Lightspot, den Club führt, macht einen DJ-Livestream auf den Terrassen der Festhallen am Mittwoch und am Donnerstag Nachmittag. Das ist etwas ganz Neues, also DJ-Sets, wo sie Leute einladen, das sind Musiker dabei, die spielen, das sind Besucher vom Festival, die so ein kurzerstündiges DJ-Set machen, das dann vom Internetradio gestreamt wird. Das ist eine Neuerung. Wir haben dieses Jahr den Klangbus vor Ort, fünf Tage, das ist ein Dreieinhalbtonner Hebebühnenwagen, wo Philipp Lange zu einem Musikerlebnis-Ort Konzertort umgebaut hat, wo er Maschinen gebaut hat, die Klang und Sounds machen. Da kommen die Schüler von der Primarschule von Willis-Ort den Tag aus und am Abend gibt es spontane Vorstellungen auf dem Festgelände. Das ist eine Neuerung. Wir haben frisch einen Vinylplattenverkäufer noch vor Ort, der ausgesuchte, gebrauchte Vinyls verkauft. Ja, das ist recht viel, Arno. 23 Konzerte von zeitgenössischer Kammermusik bis zu über Rock bis zu Hip-Hop sind in der 46 Auflage angesagt. Wie viel Jazz steckt eigentlich noch in dem Jazz-Festival Willis-Ort? 100 Prozent. Natürlich ist das eine Hörspaltereifrage, die sich die ganze Welt herum schreit. Ist das noch Jazz oder ist das nicht Jazz, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist der Hauptaspekt, dass es eine Haltung ist, ein Improisationsanteil, sich überraschen, etwas zu hören und dass etwas passiert im Moment, in dem man nicht schon zum Voraus weiss, was kommt. Du sprichst von dieser Vielfalt von Musik und so. Wer programmiert die denn? Oder wer sagt, was da zu hören ist, zuwilis auch? Ich habe mir vor ein paar Jahren so eine Programmgruppe zusammengestellt, dass das nicht nur aus meinem Geschmack und von meinem Kreis her kommt. Das sind Martina Berter aus Zürich, Christian Weber aus Zürich und Manuel Troller aus Luzern, die mich hier beraten und die wir zusammen das Programm zusammenstellen und schlussendendlich entscheiden, aber sie sind einen sehr wichtigen Teil in der Ideenfindung und Band und Musiker für das Programm. Arnaud, dieser Programm Mix soll auch zur Verjüngung des Publikums beitragen und Besucherzahlen stabilisieren. Ist das das Ziel? Also Besucherzahlen stabilisieren, das auf jeden Fall. Das mit der Verjüngung des Publikums ist ein bisschen schwierig, das hat man geprobiert oder von dem hat man immer gewettt und immer das Gefühl hatte, es müsse jetzt plötzlich als 18-Jährige frei und improvisierte Musiker. Das ist vielleicht eine kleine Illusion. Das junge Publikum ist jetzt vielleicht im Fall von Willis auch eher 35 und plus und das glaube ich schon, dass man das mit dieser Art von Mix und dieser Art von Musik in diesem Alter Leute gibt, die das interessiert. Wie wichtig ist es, grosse, ausengene Schilder zu holen für ein Festival? Es gibt ja viele neue Entdeckungen, aber alpazu auch ganz grosse Nehme, wie wichtig sind die für die Programmierung? Ja, das ist immer ein bisschen ein Abwägen von grosse Nehmen, die haben auch meistens grosse Preise. Also es kostet viel, die Leute die Bands da hinzuholen. Manchmal macht es Sinn, aus meiner Sicht, dass man die haltet und manchmal ist es so, wenn es schon fünfmal in der Schweiz gespielt hat, irgendwo da ist, dann vielleicht das Publikum ist auf dem Arsch nicht mehr gleich, wie man das eigentlich erwartet. Es ist immer ein bisschen ein Abwägen und manchmal bin ich selber überrascht, bei Bands, wo man vielleicht nicht so kennt, wie viele Leute es dann gleich kommen oder wer wie zieht, das ist immer wieder eine Überraschung, die man im Voraus nicht so genau sagen kann. Apropos Zahlen, wir reden ja von einem Gesamtbudgetjahr von einer rund halben Million. Wieso gross sind denn die Anteile von Baits, Ticket-Einahmen, Sponsorinnen? Es ist alles etwa gefeiftelt. Mit den Ticket-Einahmen können wir immer Gage zahlen, also alle Gage, die Musiker kostet. Die ganze Baits kostet etwa ein Fünftel, die sich selber finanziert. Und dann sind noch zwei Fünftel oder drei Fünftel mit Gönnern und Stiftungen und Sponsoren gedeckt. Apropos Sponsor und Gönner, wird es immer schwieriger, die Ticket zu finden? Oder hast du da treue Unterstützung? Ich habe sehr, sehr treue Unterstützung, sei es die Öffentlichkeit, sei es Stiftungen, sei es das lokale Gewerbe, das mich seit Jahren in Form von Sponsoring oder auch Sachsponsoring unterstützt. Und das ist eine sehr feudale Lage und freut mich sehr, wenn das eben auch in den Regionen so breit abgestützt ist und gutiert wird. Du tauschst dich regelmässig mit Musikerinnen und Musikern aus. Was sagen die zum Festival? Was hat das Festival für Sie für einen Stellenwert und für die Schweizer Szene? Es hat schon noch einen wichtigen Stellenwert. Es ist ein bisschen komisch, wenn ich jetzt über das Festival selber rede, wie wichtig das ist, dass es nicht so selbstbeweihräuslich ist. Belöfferungmässig daherkommt. Aber ich glaube, was es ist und das hat aber mit dem Namen, mit der Geschichte von dem Festival zu tun, dass es für regionale, für Schweizer Bands oder auch für internationale, spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, dass es diese Art von Musik an einem Festival gibt, in der Größe, die so breit auch berichtet wird darüber, in den Zeitungen. Manchmal kommt sogar das Fernsehen, aber es hat eine breite Aufmerksamkeit und das kann schon dazu verhelfen, dass ein Band, der sich sonst in einer Szene bewegt, einmal in einem grösseren, breiteren Publikum das Gesicht und Aufmerksamkeit bekommt. Das Festival als Plattform der Offenheit und vom Austausch, wie wichtig ist diese Funktion für einen Standort in Wilisau, für die Region? Ich finde, es befruchtet sich gegenseitig, dass das Festival hier stattfindet, in Wilisau, an diesem Ort, mit einer Musik, die jetzt vielleicht nicht hier halbzächlich passiert und wie sich das alles aber gleich gegenseitig befruchtet, wie das einen Austausch gibt untereinander, was es vielleicht sonst nicht geben würde, das finde ich sehr wichtig und es ist, ich glaube, doch ein Anlass, der auch die lokale Bevölkerung etwas davon profitieren kann. Das hoffe ich zumindest sich, dass das einfach stattfindet und mal etwas anderes passiert in Wilisau. Das Festival NAD, kommen wir zum Schluss von diesem Gespräch. Du hast ja die grosse Arbeit den Berg hinter oder vor dir? Wahrscheinlich im Kopf habe ich ihn noch vor mir und in der Realität ist er schon gemacht. Also das Festival ein Dessert? Das auf jeden Fall, das ist es immer. Sobald wir hier aufstellen in den Festhallen ist alles gut, um das geht es eigentlich. Der Rest des Jahres im Büro sein ist jetzt nicht mehr favorisierte Teil der Organisation, aber wenn es dann effektiv stattfindet, das ist das, was geht. Lieben Dank, Arno Troxler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es gesehen, das Webegespräch vom August. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Geniessen Sie noch die nächsten Sommertage. Das Webegespräch vom Wilisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Wilisau-Entlbuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT-AG Gebäudertechnik und der Suisse-Krono-AG in Mänsenau. Schäuze-Krono-AG